Es ist eine Welt, regiert von Dickdäuschen, Dickdäuschen, Glatzen, Dippel, Löffel, Irgendwann, Zutaten. Und Rettklappel, Noten, Rettklappel, Sprich, Armer und Zirkel sind in dieser goldenen, afritösen, verdriechenden, fernen Zukunft. Gott auch, wie ein Engieger, große Rundsfänger. Aus dieser Zukunft sind sie nur mit viel sein, aber ein Stück in der Grenzflasen. Auch den Transkumpfkanalseilmaschinen, die der Klub werden, statt Schweier zu nehmen. Aber hier, weil, ich weiß auch nicht, ihr seid doch die Hälfte. Und darum müsst ihr da jetzt durch. Wir sind Hammer und Flöcklisch. So ein Kack, ich komm nicht klar in meinem Bad. Ich wieg 140 Kilo und hier ist zu wenig Platz, mein Bad. Alles ist okay, solange ich draußen stehe. Aber wenn ich rein will, dann nur seitlich und mit Bauch einziehen. Ey, mein Bad hat die Form von nem Toaster. In meinem Bad ist nicht mal Platz für nen Poster, mein Bad. Ist für mich Platzangst pur, deswegen sind wir heute im ESO. Gangster-Tour! Alle Hände an die Hände!